ein herzliches willkommen zu einem neuen video von heyday und zu einem neuen projekt nämlich heyday dekorationsidee beziehungsweise let's decorate und mit dem projekt möchte ich euch einfach so ein paar sachen vorstellen die man dekorieren kann beziehungsweise auch mit euch in dem video bauen heute ist eher so ein showcase was alles so möglich wäre und um eure meinung zu wissen was ihr gerne sehen wollen würdet beziehungsweise ob ihr solche symbole wie wir gerade sehen sehen wollen würde ob ihr kompletten fahrenbereich dekoriert sehen wollt das ist alles so offen natürlich aber hauptfokus ist eher so auf einzelne sachen wie dieses schiffsrad hier zum beispiel oder so ein so ein gockel oder so ein riesen schiff zu bauen das ist natürlich der hauptfokus dieses projekts um einfach ein bisschen dekorationsideen an die hand zu geben gerade auch für fahren bewerten bitte so ein bisschen was habt oh ich könnte hier auch so ein symbol hinbauen oder also was anderes hinbauen was vielleicht da ganz gut aussehen könnte und das dann alles kombiniert zu einer sehr sehr schönen farm zu machen ich weiß meine farm ist immer noch nicht dekoriert das kommt noch aber hier dieses projekt erst mal um euch so ein paar ideen zu geben was man überhaupt machen kann was alles möglich ist meine wir sehen sie meinen farm bewerten aber so einzelne videos für einzelne themen wäre dann noch mal eine bessere sache um einfach euch zu zeigen das kann man da noch hin machen das könnte da noch möglich sein deswegen dieses projekt hier für euch am start außerdem ist auch eine gute sache meine dekorations skills zu erweitern weil es ist ja nicht immer einfach so von jetzt auf gleich was zu dekorieren deswegen ist auch für mich noch mal gut zu sehen oh das ist ja echt eine idee und so weiter deswegen schreibt mir mal eure dekorationsideen was ich vielleicht im ersten video zeigen kann oder zeigen soll gerne mal in die kommentare und natürlich auch wenn wir jetzt sowas bauen wie so ein schiffrad geben natürlich auch möglichkeiten das noch mal zu verbessern zu erweitern zu vergrößern vielleicht auch andere sachen zu nehmen wie zum beispiel bei dem roten also bei dem inneren ding vielleicht auch was brauneres weil schlussräder sind ja normal nicht rot sind ja eher braun oder was man halt so andere optionen noch hat aber natürlich sticht das natürlich so noch mehr raus weil es rot weiß ist natürlich noch mal eine ganz andere ganz andere ebene und ja ich kann euch natürlich auch empfehlen hier mal die top 10 farm designs global abzuschicken oben rechts denn da habe ich schon sehr sehr gute symbole gezeigt was man so bauen kann habe ich auch eben schon eingeblendet deswegen checkt das auf jeden fall mal ab da habt ihr schon mal eine idee was so alles kommen wird was wir dann hier so bauen werden im video natürlich auch mit zeitraffer ich werde das nicht hier live bauen aber werden wir auf jeden fall zusammen bauen und werde ich euch sehr sehr viele infos viele tipps geben ich hoffe ihr freut euch drauf ich finde es ganz nice so ein bisschen mit euch zu dekorieren wird es ja wahrscheinlich auch dann im live stream noch stattfinden wo dann ein video zusammenfassungen noch kommen wird deswegen eine ganz coole sache ich freue mich drauf schreibt mir auch immer in die kommentare würde mich sehr interessieren danke fürs zusehen haut rein ciao